So Leute und damit willkommen wieder zurück zu Spark Challenge. Joho. Ein Flashy-Line. Mit einem kleinen Fell gerade eben. Bei dem immer nur scheiße läuft. Kann ich dann? Sag das Ja, war das Programm. Nö, ich sag das dir. Nein. Spinnauge. Hoffentlich spinnst du, du Auge. Ich weiß nicht, ob das eigentlich alles drinbleiben sollte. Was? Mit goldenen Karotten und so. Wie drinbleiben? Ja, eine Truhe lassen wir einfach. Ja, ich hab's jetzt alles drin. Man, das kostet doch nix. Eine Karotte und acht Goldnuggets. Ja. Mein Titel Spinnauge war ja egal, ne? Das war ja... Das kostet ja nix. Ey? Hm? Mein Titel Spinnauge war ja egal, ne? Wie egal? Ja. Ja, das war ja nur fürs Rezept. Gab's denn sonst nichts von nass? Okay. Also gut. Ist ja der Blüte. Ach ja, dafür hatte ich das ja fertig gemacht. Stimmt ja. Das ist... Nix... Für nix anderes gedacht geworden. So. Und ich kann das ganze Portal wieder abreißen. Ja, ich krieg Stefan Halaschka. Was ist denn jetzt noch? Scheiße. Du musst, wie gesagt, erst Wasser in die Glasfasche machen, ne? Ja, dann kommt... Nähter Warze? Ach, Nähter Warze, ja. Erst die Nähter Warze. Nähter Warze, dann Auge und dann... Nein, 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 nein. Erst Nähter Warze, dann goldene Karotte und dann erst das Auge. Ja, oder so rum. Ja, weil wenn du es andersrum machst, kommt irgendwie ein anderer Tank raus. Hab grad ganz kurz geguckt. Ich glaube, dann kommt... Zack, zack. Warte mal, wenn du negativ erstmal hast, dann kommt positiv. Das heißt, es kommt dann... Lüge, Lüge und Betrüge. Ich weiß es nicht. Lügst immer, ich weiß. Zack. Ähm. Zack. Und Brauchstand haben wir. Ey, was ist das denn jetzt für Betrug hier? Du bist der Betrug? Nee. Ah, doch. Wann nehme ich jetzt hier verarschen? Da ist mein Considion. Da habe ich sogar eine Glasflasche. Yay. So. Glasflasche. Wieder zu. Und gebraucht wird. So. Magma Cube. Komm einfach nur töten, weil ich es kann. Ähm, ja. So. Dann. ein Haugel da. Ein Wartel da rein. Selbst durch den Magma Cube fertig geköpftet. Jetzt bekomme ich erstmal noch einen. Ey, warte mal. Mann. Crafted, der kann ja auch gleich mehrere machen, ne? Ja, ja. Drei. Mach drei Stück. Klar. Drei Stück hat es der Maxi. Aber ich wollte gerade nur einen machen. Ja, warum machst du denn hell? Warum das denn? Wollt nicht. Ja, mach doch mehrere. Mach ich doch jetzt. Ja, mach doch mehrere. Ja, Mama. Alles klar, Oma. Du nervst, Mama. So. Ab ins neue Abenteuer hier. Also, die Netherwadze da rein. Wünsch mir Glück. Ich will nirgends wo rausfliegen. Derp. Ne. Landschaft fiel gerade heruntergeladen. Ich weiß nicht, wo ich rauskomme mit dem zweiten Portal. Ja, das ist mies. Ah, geil. Ach, nö. Jetzt ist er schon wieder zurückgekommen. So. Warum macht er das denn andauernd? So. Wie nicht denn jetzt? Buh. 2000 Blöcke entfernt, wie geil. Boah, der Küper voraus. Wie viele Minuten haben wir? Äh, drei Minuten, 40 Sekunden. Dann sag mal bei vier Minuten bitte. Bei mir ist er schon wieder weggegangen. Äh, warum? Was ist denn mit deiner Shop-Bull oder was? Das kam ein bisschen nervig. Vielleicht muss ich mein Handy gleich nochmal kurz mal starten. Äh, 10. Äh. Ich muss fünf, vier, drei, zwei, eins, vier Minuten. Jo. Okay. So, und nebenbei habe ich einfach das Spinnauge noch mit reingetan zum Schluss. Ach, yeah. 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 So, da ist das erste Ding. Und? Ah, jetzt kommt ein. Da haben wir unsere Tränke der Unsichtbarkeit. Yeah. Drei Küper auf einmal. Aber da stand nur braun, ne? Ja. Okay. Wie lange hält er nochmal? Weiß ich nicht, steht da eine Zeit dran. Drei Minuten. Äh, kann man das, geht das denn noch? Du kannst ihn auch verlängern. Wie viel bringt Redstone? Äh, ich glaube doppelte Zeit. Ähm, Redstone. Das wird acht Minuten. Ja gut, dann halt acht Minuten. Lowstone. Ach, keine Ahnung, was das bringt. Aber Redstone bringt acht Minuten. Okay. Dann, das war doppelte, dann mache ich nochmal hoch. Mach das. Dann gehe ich ab ins Neter. In Peter Neter. So, ich habe jetzt ein Portal gesetzt. Das ist, glaube ich, super. So, die Träne da rein. Möchte ich dir auch empfehlen, einfach ein zweites Portal zu setzen. Ne, brauche ich doch gar nicht. Ne, aus dem Grund, dann kommst du erstmal, weil ich gleich 2000 Blöcke weiterhin weg. Ja, brauche ich aber gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, was meine Original-Koordinaten sind. Okay. Lohnroute kommt hier rein. Möhm. Und dann kann ich gleich noch ein bisschen killen gehen. Kill, kill, kill ihn. Kill Bill. Der Warzen kommt hier mit rein. Oh, kill Phil. Kill Bill. Boah, ich muss mir wieder neue Thronen machen. Mist. Schon schade, wenn hier keine Diamantenthronen sind, ne? Mein Haus ist eigentlich recht klein. Mhm. Ich habe kein Holz. Teins ist nicht klein? Hast du ein Foto von meinem gesehen? Ja, ich weiß. Das ist klein. Du wüsstest, wie klein meins ist. Ich höre schon wieder ein Gast. Du kommst rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke nach hinten. Frei. Und links hast du Öfen. Hinten links steht dann mein Bett. Und rechts hast du oben auf eine Werkbank die Truhe drauf. Daneben Ofen. Da drüber ein Brautrank. Und dann neben nochmal Kisten. Und das war's. Mehr Platz habe ich nicht. Reicht doch. Vollkommen. Reicht doch. Ist klar, Flash. Du kannst nicht mal. Position zwei. Ja, 2000 Blöcke habe ich mit dem einen Portal einfach umbunden. Hier ist aber direkt neben das Bett. Ähm. Da ist die zwei Truhe gesetzt. Ja. Da fällt es immer raus, ne? Weiß nicht, ob ich jetzt noch rausfalle. Äh. Komm, das ist nämlich nicht. Oder du steckst fest. Oder so. Und zum Bein. Ah, jetzt wird es laut. Was machst du da? Das war die Flasche, weil ich die zusammengedrückt habe. Ach so. Du warst so ein Schaden. Echt frisch. Weil ich wieder in der Aufnahme trinke. Trank nehmen. Und rein. Ne, warum nimmst du den Trank? Wieso nicht? Ja, wieso auch? Ähm. Bin doch unsichtbar jetzt. Uh. Kannst dich ja noch selber sehen. Hm? Kannst dich aber selber sehen. Hi, Gas. Ey, das Vieh sieht mich trotzdem. Was? Was ist das denn für ein Betrug? Du hast ein Unsichtbarkeitstrank. Ja, ich weiß es nicht. Und die Gegner sehen dich. Ja, ist klar. Ich weiß es nicht. Ach komm, ich gehe wieder raus. So, ich nehme mal ein Bett mit. Zwei Träume. Ich verzauber einfach mal mit Level 3 nochmal meinen anderen Bogen. Wo habe ich denn die Axt? Einen Eimer kann ich mitnehmen. Eine Axt nämlich mitnehmen. Fuck, dann habe ich auch noch genug. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege die Infinity drauf. Nö. Hast du nicht. Glaube ich auch. Zack, zack. Dann wollen wir mal gucken. Braucht man dieliche Pfeile sonst. Egal, das Feuerzeug nehme ich jetzt einfach mit. Ja. Ach ja, ist das schön. Mit dem Portal einfach 2000 Böcke zum Gehen. Stärke 1. Toll. um so ist das kann wo ich wieder die folge zähne 3 6 minuten welcher mit 6 minuten naja dann ist die folge um in 6 minuten so schnell geht das wie viel haben wir denn jetzt warte ich gucke 9 minuten für deine orientierung für deine orientierung orientierung ja ich hatte das ja ich glaube du musst dein handy neu starten ja mach ja vielleicht ja du hast aber so ein timer auf dem rechner ja aber da brauchst du ja natürlich eine lizenz für das ist doch zum kotzen echt ach so und natürlich das ding der ganze zeit weiter nutzen und dann würde er immer beim miet miet hören ja und nach dem miet miet machst du immer noch fünf sekunden weiter ja aber dann ist nämlich auch Ende erst habe ich extra rüber gemacht das herrlich einfach mal durch das zweite portal gehen monster ich warte auf 2000 blöcke entfernt mal sehen wenn ich die normalen gegner klar bist unsichtbar aber gesehentlich ist klar siehst du irgendwas ist da fußt geht ja gar nicht echt ingo ist da ein problem mit oder ist es einfach nur gegen pvp oder hast du es nicht gesehen ja wahrscheinlich also das ist doch normal aber sie dürften die gegnern dich auch nicht sehen naja aber wie ist es normal in minecraft minecraft ist auch unrealistisch in solchen sachen das stimmt da hast du nicht ganz unrecht so weil du eigentlich nie recht hast naja war mir klar ja war es dir ja bei dir sowieso ja wieso das ist immer das achso hi creeper hey creeper tschüss oh creeper tut mir gar nicht leid stört besonders gut ist wenn die xp zater fallen naja tröste dich aber ich kann mehrere schlagen die fliegen jetzt schon weit weg affinity ach äh knockback gucksturz 2 ja ist knockback 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 so guck man kann und tschüss und tschüss oh das ist ein holz bei mir ein spalter spider spider tschüss die ei auf das spider aber das viel trifft mich natürlich auch noch aber meine rüstung kennt ganz schön aus trotz goldrüstung geht es bei mir goldrüstung ja gut ich hatte den die brustpanzer hatte ich gefunden ja was willst du sonst mit gold machen sei mal ehrlich trotzdem machst du nicht mal alle leiten umzaunen was willst du denn sonst mit gold machen weiß ich nicht steppkrieper kannst du auch eine goldrüstung machen hier ist auf die kriper los ja ja so ein bisschen holz habe ich schon mal wieder nice ouch hoffentlich stirbst du ouch hoffentlich stirbst du das skelette recht den herfen aber dann kriegst du keine pfeile die sind so stark manchmal manchmal glaube ich irgendwas haben sie da extra manchmal ne manchmal ne immer manchmal auch manchmal ne manchmal immer basse gegner 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 gestirbt doch ja auch vier zombies kommen da mit einmal im wasser an und die folge ist gleich zu ende jepa so wieviel gegner hier mit einmal kommen boden neues bett hier noch hinsetzen das bett tue ich mal hier hin und ein bisschen holzfarm ouch flick skelett tschüss schade ich möchte timber mod so ätzend hier oh skelett bis tot tschüss gripper zählt das eigentlich wenn ich f7 mache was wegen licht ausleuchten ist ja eigentlich von minecraft gegeben standard f7 ist doch oder geht das hier nicht hä das ist ein mod verdammt gönne mal nur das ist ein mod ja hab ich gerade ausprobiert verdammt der mist ähm Zeit ich komm gerade so ein bisschen durcheinander über die gegner nerven 2 2 skelette die sich gegnern ok nein noch genug Zeit ja ahja Minute alles gut tschüss 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 Möchtest du den Orden haben? Nee, will ich nicht von dir nicht. Du bist Ibar. Ibar. Fuibar. Bam! Oh, der ist ja weit geflogen, der Creeper. Ja, aber wenn du zu dem hinspringst, dann gibt es noch mehr Knockback. Ja. Das Geile war, hinter ihm war ein Block und der ist direkt darüber und nach hinten geflogen. Nice. Und 8 Sekunden. Ja, ich weiß. Ich sag's ja noch. Ich bin ja ein guter Mensch. Aber es ist gut, wenn ich dann wieder einlogge in der nächsten Folge. Und die Folge ist zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.